In Wien gibt es nicht viele Albaner und die sind eher zurückhaltend. Kannst du nicht vergleichen mit Hannover oder Schweiz oder was weiß ich? Es ist vielschichtig und viele Sachen kann man nicht vergleichen. Aber ich glaube, die wirklichen Goldstücke sind ja weder Serben noch Albaner, sondern Syrier, Afghaner, sehr oft auch mal die Türken. Wie kannst du nur noch sagen? Oh mein Gott, cancel Tesla-Hahn. Übernächste Woche machen wir diesen zweiten Teil, oder Tesla? Ja, da hast du hoffentlich keine technischen Probleme. Ja, wie gesagt, ich bin nicht zu Hause, deswegen aber egal. Ich kaufe sicherheitshalber Internet und dann funktioniert ja wie heute, sieht man ja, es funktioniert. Ja, heute funktioniert es gut. Ich wollte nur sagen, lustig ist, dass das Ostasiaten, also jetzt meine Herkunft und ähnliche, dass die jetzt überhaupt nicht in dieser Richtung auffallen. Also es gibt es doch irgendwie, keine Ahnung, kulturelle Unterschiede. Ja, aber weißt du, wer auffällt? Weißt du, wer auffällt? Wir Vietnamesen. Ja? Wo? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. In Berlin, in Berlin, illegaler Zigarettenhandel, vietnamesische Mafia, Menschenschmuggel, Drogen. Ich bin in der Nähe von Tschechei aufgewachsen, da war auch vietnamesische Mafia, hat, was weiß ich, Crystal Meth verkauft und so weiter. Also vietnamesische, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es auch irgendwie Vietkong oder so, Kommunisten aus, keine Ahnung, was das für Vietnamesen sind. Apropos Kommunisten, wir Serben sind keine Kommunisten, die meisten Serben verabscheuen Kommunismus. Ach so. Aber eure Regierung schon, oder? Nein, die schleiden sich einfach ein bisschen zu sein bei China ein, aber das ist, trotzdem, die sagen ja nicht trotzdem, wir wollen den Kommunismus in Serbien, also ich wünsche dich. Vucic macht die Tito-Methode. Er versucht zwischen beiden, zwischen Ost und West, versucht er da auf einem gewissen Drahtseilakt mit beiden Seiten ruhig zu kommen. Wirtschaftlich, mit China, mit was weiß ich wen, mit Russland natürlich auch sehr stark, gleichzeitig aber auch Richtung Westen. Ja, das ist halt so die Tito-Methode, weil der Balkan halt so zwischen beiden Seiten ist und von beiden Seiten eigentlich auch oft so in die Mangel genommen wird. Ja, und das ist halt so die Politik von Vucic, aber Kommunistisch. Leute, aber Kommunismus geht gar nicht. Also was die Linken von uns gerade wollen, ist so eine Art Klimakommunismus. Und das ist ja ekelhaft. Ich will nicht mit Essensmarkerl für Rationen, rationierte Essensmarkerl, damit ich einmal im Monat möglicherweise vielleicht ein Steak bekomme, wenn ich genug Kommunismus-Sozialpunkte gesammelt habe. Auf sowas sind die Linken hinaus. Gibt es Klimaklima in Serbien? Ich behaupte, Serbien ist kapitalistischer als Deutschland, vielleicht sogar als Österreich auch. Okay. Ja, Klimakleber ist sowieso eine westeuropäische Sache. Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Nicht einmal, weder in den USA noch, also östlich, Osteuropa schon nicht mehr. Ja, das ist alles, alles nur Westeuropa, Frankreich, England, Österreich, Deutschland. Also dieser Klimakleber, das ist ja auch viel zu lasche Art und Weise, wie die Polizei da handelt gegen die. Ja, stell dir vor, das wären Impfgegner gewesen. Die würden ausrasten alle. Ja, und allein schon die Tatsache, du weißt ja, wie sehr die Serben an ihren orthodoxen Glauben hängen. Und Kommunismus, die alle wissen, sehr atheistisch und gottlos und antireligion. Antireligion. Ja, und das ist ja eine Hochhochansicht. Von daher kann man sich ja, glaube ich, auch schon aufgrund dessen zusammenreimen, dass die eben nicht wirklich die großen Kommunisten sind. Aber seid ihr, warte, seid ihr für Nordkorea oder seid ihr nicht für Nordkorea? Weil ich weiß, ich weiß, hör mal zu, Südkorea, Südkorea hat ja Kosovo anerkannt als eigenen Staat. Genau. Genau, das heißt, ihr mögt mal Südkorea mal generell nicht. Warte, 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 das ist doch vollkommen logisch, dass wir gegen Kommunismus sind, gegen Nordkorea und für Südkorea. Ich finde Südkorea ein geiles Land. Also machen Hammer Filme zum Beispiel. Ich mag Südkorea. Südkorea steht für mich, für Innovation, für Technik, für Begeisterung und für einen Aufschwung, für Motivation. Ihr habt, Alter, ihr habt Hyundai, ihr habt K-pop, nein, nicht K-pop, oder doch K-pop war das, ja? Oh ja, ist K-pop, K-pop, ja. Samsung, Samsung ist doch auch koreanisch, oder? Ja, Samsung, Alter, genau. Also, was hat Nordkorea? Nordkorea kann höchstens mal diese alten, rostigen Atomraketen, das ist ja gar nicht schon mehr, vorher nur deine Fahrt machen. Das ist, ich habe nichts für Nordkorea übrig, also absolut nicht, das habe ich absolut nicht auf dem Schirn. Eben, wie stimme ich dir Kompel zu? Nordkorea hat gar nichts, ja? Nordkorea, die sind noch in den 40er Jahren hängen geblieben. Ich scheiße auf ganz Nordkorea, man, wen interessiert Nordkorea? Ja, eh, und dort hungern die Menschen und dort ist es ganz normal, dass, also das, ich war selber noch nicht dort, aber von Erzählungen, dass die halt auf der Straße ein paar Verhungerte sehen, das ist für den Alltag, ja? Wusstest du, Tesla Hahn, wusstest du, ein bekannter Islamist, Berhard Falk, der war früher Linksterrorist, ist dann Islamist geworden, ein bekannter Islamist und der geht ständig ein und aus in nordkoreanische Botschaft in Berlin. Der hat Kontakte zu Nordkorea. Was ist ein Linksterrorist? Was? Was? Was ist ein Linksterrorist? Linksterrorist, ein Terrorist wie RAF zum Beispiel, der war, ich glaube, revolutionäre Zellen oder irgendeine linksterroristische Vereinigung. Und dort war er aktiv, weil er zehn Jahre Knast, weil er Bomben gebaut hat, ja, also Kommunisten, sagen kommunistische Terroristen. Und der ist jetzt Islamist, ja, also Al-Qaida, Sympathisant, Anhänger und der findet Nordkorea super und ist ständig in der nordkoreanischen Botschaft und bespricht, was weiß ich was mit den Kommunisten dort. Ja, ja. Okay, also was ich da raushöre, die Serben sind nicht für Kommunismus, ja, aber schau, eine Sache muss ich schon sagen. Es gibt, es gibt, es gibt serbische, warte, es gibt serbische Kommunisten und auch jetzt zum Beispiel, wo ich immer, wenn ich in Belgrad bin, zum Beispiel, man merkt schon so eine Jugo-Nostalgie, zum Beispiel so Clubs oder sowas, die dann sich so benennen und so. Es gibt da schon diese serbischen, sagen wir, Kommunisten in Serbien, die sich den Sozialismus zurückwünschen und sowas. Natürlich gibt es die, aber die sind schwarz, die sind keine, keine, keine nennenswerte Anzahl, sage ich mal, in der Bevölkerung, also wüsste ich jetzt nicht, oder was meinst du, wie geht es? Und was hinzukommt, nein, und was hinzukommt, ist noch, dass die, wenn die mit Jugoslawien sympathisieren, muss man wissen, dass Jugoslawien auch mal ein ganz anderer Staat war als Nordkorea. Also Jugoslawien war nicht so abgeschottet, man konnte ganz normal reisen, man konnte, Grenzen waren offen, wir hatten Touristen in Jugoslawien. Du bist nach Amerika, du kommst nach Amerika, du bist nach Aschenpaßmann. Also selbst ja, aber Ekoslawien war generell kommunistisch, oder? Ja, richtig. Sozialistisch, sozialistisch. Sozialistisch, ja, Sozialismus, ja, genau so dasselbe Blödsinn. Ja, ja, aber ich sag's so, schau mal, es war, du kannst es nicht vergleichen, du kannst es nicht mit der Sowjetunion vergleichen. Nein, das war viel. Natürlich gab es Geheimpolizei, natürlich gab es eine Diktatur, natürlich gab es eine gewisse, eine gewisse Planwirtschaft, aber es war eine Mischform, ja, es war so eine Mischform zwischen Kapitalismus, wie so eine Art Dritter Weg, das wollte ja auch Tito, so einen blockfreien Dings gründen, also an Staaten und so, sich abgrenzen vom Ostblock und vom Stalinismus. Stalin wollte Tito umlegen lassen, also das waren jetzt, die waren, da gab es schon interne Differenzen Aber es ist schon, es ist schon richtig, okay, ich verstehe, hab verstanden, es ist aber schon richtig, dass Serben eine gewisse Affinität zu den Russen hat. Das ja, das ja. Natürlich, natürlich. Weil die Russen und den Serben sehr ähnlich sind, die Flagge ist ähnlich, die Sprache ist ähnlich, die Religion ist ähnlich, die Mentalität ist ähnlich und so, ne? Das ist ja ganz normal. Ich finde, das ist ja auch nicht schlimm, warum sollte man, ist es jetzt schlimm, dass man mit den Russen sympathisiert? Ich finde, das ist ja ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt sage, ich mag Putin oder ich mag die Russen, das finde ich ein Unterschied, weißt du? Ja, ja, na, finde ich auch nicht schlimm, aber seid ihr auch Sympathisanten zu der alten Sowjetunion, weil ich habe mal ein Video gesehen, wo ihr... Ja, bitte, das sagen, du stellst Fragen, als ob du mich nicht kennen würdest, was für Sowjetunion, Mann. Warte, hiervon bist du Serbe? Ja, halb, halb, ja. Halb Serbe, halb was? Albaner. Also du bist halb Serbe, halb Albaner, okay. Ein Teil Kosovo, ein Teil Südserbien, aber beides muslimisch. Okay, okay. Bist du eher so... Gibt es sowas, wie man ist eher auf der serbischen Seite oder man ist eher auf der albanischen Seite, gibt es sowas? Wenn so ein Mischling halt. Ja, Mischling ist Mischling. Mischling ist Mischling auf beiden Seiten. Oder auf der anderen Seite. Ich glaube, es kommt noch die Frage an. Man kann das so pauschal gar nicht sagen. Okay. Aber was du vorhin gesagt hast, dass Serben und Albaner Brüder sind, das kann ich dir absolut sagen, dass das dem nicht so ist. Die sind ja verfeindet as fuck, ja. Jetzt ja, aber wie war das denn vor zwei Jahrhunderten? Deren größter Nationalheld, Georg Castriotti, der nachweist nicht, das weiß man, dass seine Mutter eine Serbin gewesen ist aus dem Montenegrenischen Madelshaus. Seine Mutter hieß Voisava, okay. Und damals war es nicht mal diese Frage, Serbe, Albaner, die haben einfach ein Team gebildet. Die waren Team Befreiung gegen die Osmanen. Die haben zusammengekämpft, die haben Seite an Seite gekämpft, der und Albaner haben sich zusammengetan und haben ihre Leben gemeinsam gelassen. Und ich finde das, und das ist nicht nur meine Meinung, das ist auch faktisch, dass sie alle so oder so einen gemeinsamen Ursprung haben, okay? Hallo, hallo, aber lass mich kurz antworten, das war ja früher Nordkorea und Südkorea jetzt auch, aber das ist, das war mal und jetzt sind sie Feinde. Das kann man jetzt noch nicht immer so bleiben oder wüsste nicht irgendwann mal, dass diese Scheiße aufhört? Na sicher ist das, ist das... Aber erst mal, erst mal die Kommunisten beseitigen dann. Ja, genau, aber trotzdem würde ich sagen, pauschal, ich will mit den Leuten aus Pyongyang nie wieder was zu tun haben, sind dafür immer meine Feinde, ist auch Schwachsinn. Erstrebenswert ist natürlich, dass die wieder zusammenkommen, ja? Aber man kann jetzt nicht sagen, man kann nicht sagen, dass es diese Konfliktthematik nicht gibt, das kann man auch nicht sagen, ja? Ey, beste sind nordkoreanische Nachrichten. Diese Nachrichten, die es... Also Koran. Red mal ein bisschen koreanisch. Das war ein bisschen rassistisch, aber okay. Bezüglich jetzt Nordkorea oder so Serbien, ich will jetzt kurz auf Serbien eingehen, wie sollen die Serben und die Albaner, ihr redet ja davon, dass sie mal Brüder waren oder so, und dass sie mal wieder Brüder werden können. Das würde doch nur gehen, wenn einer von denen nachgibt, oder? Weil die Serben wollen Kosovo haben, die Albaner wollen Kosovo behalten, wie soll das dann funktionieren? Das kann wie folgt funktionieren. Ich habe einen ganz guten Freund, der heißt Hector, mit dem habe ich auch oftmals Streams auf meinem Kanal gemacht, die sehr wohl Brüderisch, wie gesagt. Und er ist Albaner und er ist total, also durch und durch Albaner, auch ein stolzer Albaner, hat auch Tattoos und Skanderbehoff auf seinem Arm und alles. Und trotzdem, wir sind doch privat häufig im Kontakt und unsere Meinung, da sind wir uns beide einig und ich finde, dass das eine sehr gute Meinung ist, ist, dass man die Konflikte bei beiden verteufeln sollte. Es kann nicht sein, dass die Serben sagen, unsere Kriegsverbrecher sind geil, während die UCK schlecht ist. Und genau so umgekehrt, also weiß ich, was ich meine, Marco, man muss sagen, eure Kriegsverbrecher haben Schlechtes getan, die sind schlecht. Unsere aber auch. Das müssen beide Seiten machen. Die müssen über ihren Schatten springen und sagen, wir wollen fair bleiben. Wir können nicht sagen, was die Bögenwerben uns angetan haben, aber feiern dann trotzdem da, wenn ein serbischer Zivilist seinen Kopf verloren hat. Das geht so nicht. Und genau so umgekehrt ja auch nicht. Wir können ja auch nicht sagen, wir sind stolz auf die ganzen serbischen Kriegsverbrecher, aber finden das schlecht, wenn die Albaner die Serben da irgendwie massakriert haben oder so. Also wir müssen einfach die Kriegsverbrechen beide verurteilen. Und es muss einen Versöhnungsprozess geben, so wie wir ihn auch Frankreich und Deutschland absolviert haben. Und das kann gehen. Das kann gehen. Wo geht das? Ja, aber wir wollen jetzt nicht den ganzen Abend nur Balkan-Serben-Albaner-Konflikte besprechen. Aber Moslemsleiter trauen sich nicht rein. Weil ihr schreibt Machtzerfetzung. Keine Anfragen. Trauen sich nicht rein. Ihr wisst, dass nach dem Paar zerfetzt wurden sich kaum jemand rein traut. Also aber das jetzt mit Nordkorea, also ich bin jetzt auch kein Fan von Nordkorea, von der Gesellschaft. Ich finde, ich bin natürlich lieber so in Südkorea-Leben anstatt in Nordkorea. Aber ihr wisst schon, dass das die Amerikaner da ziemlich mitmischen, ne? Dass sie halt dort sind mit dem Militär und als auch Nordkorea immer bedrohen. Weil ich meine, was machen die Amis dort? Weil guck mal, was machen die Amis da zwischen Japan und Nordkorea mit ihrem Militär? Ja, das hatten wir schon. Wir wissen für dich, Amerika ist der Hauptschuldige und so weiter. Die Diskussion hatten wir schon. Lassen wir die Diskussion. Hol mir mal ein paar Leute hier. Du bist der größte Hurensohn der Menschheit. Hey, Gimmi! Gimmi! Oh, Gimmi! Ja, Gimmi ist schon draußen. Ja, hast du schon wieder ein Gehäuch zurückgewinnt, Alter. Ja, schon wieder einer dieser sozial und kommunikativ sehr erfreulichen Goldstücke hast du ausgesucht. Das war ein wichtiger Beitrag von Gimmi. Hallo, grüß euch. Hi, hallo. Ich muss schon sagen, spannendes Thema, hin und her, viel Vergangenheit, Hass. Aber man muss definitiv jetzt in die Zukunft gucken. Also aus meiner Sicht, ich lebe ja öfters im Balkan, auch in Deutschland und so und sehe eben halt den Unterschied zwischen Europa und diesen Balkanstaaten. Und die ältere Generation, die hat immer noch diesen Hass an sich, was auch nur oder weniger verständlich ist, weil die haben diese komplette Diskrimination gesehen von Albanern und Kroaten und das komplette Paket dabei. Aber die jüngere Generation, die haben ehrlich gesagt keinen Bock darüber mehr. Die wollen einfach vorausgehen, sich nicht mehr in die Vergangenheit klammern. Und natürlich, bei einem und der anderen wurde dann in der Familie was getan, was auch verständlich ist. Aber letztendlich muss jeder für diese Strafen auch bestraft werden. Aber warte mal, Berat, warte mal, Berat. Also ich höre das auch oft, aber mein Eindruck ist nicht immer, oder zum Beispiel jetzt auf TikTok bekommt man nicht unbedingt den Eindruck so, ah, die Jüngeren, die interessieren sich nicht dafür. Es geht doch ganze Zeit auf TikTok um nationalistische Themen, um Krieg, um Vergangenheit. Das wollte ich auch gerade sagen. Die ganze Zeit geht es darum, die ganze Zeit und auch bei den Jüngeren. Und die Jüngeren sind immer die Radikalsten. Die Älteren, die ein bisschen vernünftiger sind, auch Albaner, die reinkommen, normal reden. Und die Jüngeren kommen rein, gleich Chips, Schanone und bla bla und so weiter und beleidigen und so weiter. Also ich sehe das nicht so, dass das schon gegessen ist und die Jüngeren, was weiß ich. Nee, aber gegessen ist es definitiv nicht und das wird noch viele Jahre vorausgehen. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt auch einen Teil davon, wo Leute sagen, ja, es ist Vergangenheit. Ja, es gibt es, Gott sei Dank. Aber auch nicht verzeihen. Was heißt das nicht verzeihen? Nicht verzeihen heißt weiterhin hassen und weiterhin... Nein, es geht nicht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit... Ja, aber was ist Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Kann ich dir erklären jetzt, wenn du mich ausreden lässt natürlich. Ja, Gerechtigkeit, in meinen Augen ist es, wo Menschen, das heißt mit, also verschwundene Leute, die im Krieg verschwunden sind, sage ich mal so, die man da mit Gewalt mitgenommen hat und seit über 20 Jahren nicht weiß, ob sie, na, ich glaube nicht, dass sie am Leben sind, aber letztendlich wo die Leichen sind. Das ist einer der Hauptthemen bei uns. Ja, und es geht nicht nur im Kosovo, es geht komplett balkanweit, ja, und das andere Teil ist, auch nach 20 Jahren Serbien versucht von rechts und links überall Kosovo nicht in allen europäischen Kategorien anerkennen zu lassen. Allein, was jetzt beispielsweise letztes, also dieses Jahr versucht haben, dass Kosovo sich nicht in der UNO anerkennen lässt. Aber ganz im Ernst, Puma, du bist Albaner und ich finde, dass auch für die Albaner ist diese blaue Flagge eine absolute Schande. Nicht nur für diese, was ist das für eine Flagge, die hat sich jemand in der NATO ausgedacht. Was soll das denn? Was ist das für eine blaue Flagge mit Sternen drauf? Ist doch peinlich. Außerdem, ich finde es interessant, du kommst ja aus Berat, wie der Name auch schon sagt. Wusstest du oder weißt du, wie die Stadt früher hieß? Guck mal, mein Freund. Wie hieß die Stadt früher, bitte, sag mir das bitte. Du verwischtest viele Sachen miteinander, ja. Meine Flagge ist meine Flagge, ich respektiere sie, aber ich bin alle wahren. Okay, ich sagte, die Berat-Berat hieß, die albanische Stadt Berat hieß früher Belgrad. Hier seht ihr es, die albanische Stadt hieß früher Belgrad. Wir sehen es hier, wir sind auf Wikipedia, keine serbische Nationalistenquelle. Berat, die albanische Stadt hier, die hieß früher Belgrad, okay? So, ihr habt es alle gesehen. Ich habe es, mein Freund. Ich kann auch jetzt, jetzt in Wikipedia reinschreiben, dass Berat-Online hieß trotzdem früher Belgrad. Ich kann nicht alles in Wikipedia reinschreiben. Junge. Ich kann nicht alles reinschreiben. Das muss schon faktenbasiert sein. Junge, wir müssen das Thema gar nicht mehr aufmachen. Albanien ist was ganz anderes. Aber wieder zurück zu der Flagge. Ja, diese Flagge, ich respektiere diese Flagge, aber das ist nicht meine Flagge. Ich habe nur eine Flagge und die ist schwarz-rot mit einem Adler drauf. Gut, tschüssi. Eine gewissliche Flagge übrigens. Richtig. Warum, warum, was ist das denn? Weißt du, woher die Flagge kommt? Darf ich mal fragen, ob du weißt, woher die Flagge kommt? Byzantinisch. Wie, woher diese Flagge kommt? Was redest du? Das ist das Familienwappen der Familie Kastriotisch gewesen, oder? Das ist kein Familienwappen, Bruder. Aber selbstverständlich. Nein. Wie war denn der Vorsitzende? Was bedeutet der Doktor? Junge, Junge, Schörmann, du musst eins überlegen. Du musst eins überlegen. Jedes Kind, jedes albanisches Kind wurde immer das Gleiche erzählt. Ja, und von da aus gibt es keine Veränderungen. Lass Wikipedia Wikipedia. Weißt du, immer wenn du jetzt in der Vergangenheit redest. Lass die facken Scheiß, doch. Ich habe die besseren Quellen. Trust me, brother. Junge, ihr Scheiß auf der anderen Seite. Ich sage nur, warum redest du jetzt so? Nee, er regt mich auf, weil er lesen Sachen, die gar nicht stimmen. Letztendlich. Wo kommst du die mit der Wahl? Die Frage, was bedeutet der Doppeladler, der auf der albanischen Flagge? Woher kommt der Urschwein? Russland hat den auch. Viele christlichen Völker haben den. Woher kommt dieser Doppeladler? Guck mal. Das musst du doch wissen. Du sagst doch, das ist deine Flagge. Dann sagt doch. Weiß er nicht. Die wenigsten albaner wissen das. Deswegen waren sie alle wütend, als ich gefragt habe, wieso der Adler zwei Köpfe haben. Sie haben in den Kommentaren beleidigt. Weil sie keine Ahnung haben. Die zwei Köpfe bedeuten Alpha und Omega. Anfang und Ende. Das sind Eigenschaften des biblischen Gottes. Das ist eine absolut christliche Flagge. Gut, dass der Servet das weiß. Aber die Albaner nicht. Nein. Guck mal. Man kann diesen albanischen Adler in vielen Sachen da erwähnen oder auch so eine Art definieren. Sei es Freiheit. Aber erklär doch die Bedeutung. Ich erklär die Bedeutung. Sei es Freiheit. Sei es ein Volk. Sei es Zusammenhalten. Und so weiter und so fort. Es gibt keine genaue... Also wenn man wirklich genau... Guck mal. Eine Frage. Warte mal. Irfan, ne? Ja. Ja. Also das ist auch... Oder PC. Also Irfan PC, das ist auch so mehr oder weniger ein Name, was aus dem Balkan kommt. Na? Ja, 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 ja. Ja, hat er gesagt, er ist halb albaner, halb serbe. Muslimisch sowieso? Ja? Warte, warte, warte. Letztens habe ich mir gedacht, warte mal. Was heißt hier muslimisch? Ja, oder viele sagen so, Moslems... Ja, du heisst Irfan, muslimischer Name. Warte mal, wurde dieser Name von Moslems erfunden? Nein, das würde ich auch... Nein, aber dann kannst du nicht sagen muslimisch, weil die Araber hießen auch schon davor Mohammed, Ahmed, bla bla bla. Das sind entweder arabische Namen und die meisten türkischen Namen haben diese arabischen Namen als Ursprung. Es gibt keinen muslimischen Namen. Es gibt keinen spezifisch muslimischen Namen. Das sind einfach arabische oder türkische Namen, die es schon vor dem Islam gab. Es gibt keine muslimischen Namen. Nur mal so nebenbei. Nein, aber ganz ehrlich, hast du schon mal jemanden gefunden, der christlich den Namen Irfan hat? Ich nicht. Ja, er ist Irfan. Hey, was hat das damit zu tun? Ich kann Mohammed heißen und Jude werden, wenn ich unbedingt will und aufgenommen werden. Nein, nein, du verstehst mich nicht. Irfan, du verstehst mich nicht. Du musst jetzt um diese Generation, die jüngere Generation zwischen 30 und 40 gucken. Wenn man jetzt jemanden sieht auf der Straße... 30 und 40 ist doch nicht jüngere Generation. Ja, zu sagen, was möchtest du? Egal, was den da ausschaut, auf was möchtest du hinaus? Was ich hinaus möchte ist, jeden, wenn du auf der Straße triffst und der sagt, sagen wir mal Mohammed, dann hast du sofort den Hintergedanken, dass es Muslim ist. Ja, genau. Das ist mein Ding. Um jetzt wieder zurückzukommen. Weil da sind jetzt so viele Themen aufeinander gekommen. Aber auf was wolltest du jetzt hinaus? Auf was wolltest du hinaus? Hast du mal ein Irfan Christ gesehen? Wo war jetzt dein Punkt, dein Argument, verstehe ich nicht. Ich weiß, wir hatten ja erst mal über den Balkanstaaten gesprochen. Dann haben wir eben halt auch über den albanischen Adal gesprochen. Und dann, wo waren wir noch mal jetzt? Weil die Spur ist komplett verschwunden. Weil da kommen so viele Themen auf uns zu. Eine Frage, bist du Muslim? Ich glaube, aber ich praktiziere es nicht. Dann bist du doch raus, oder? Nochmal? Bist du dann nicht laut islamischen Maßstäben da noch raus aus der Religion? Also, wenn man das auf harte Fazit, ja. Okay. Finde ich gut, dass du das auch so offen sagst. Ich habe letztens ein gutes Video gesehen von diesem, das hast du mir geschickt, Begerald, von diesem albanischen Boxer, dieser Gashi, wie hieß der? Ja, sein Arten. Stenart Gashi, ja. Mit dem war ich auch öfter bleiben. Ja, genau. Ich finde, ich finde, interessanter Typ. Und der sagt auch ganz offen, laut Koran bin ich kein Moslem und so weiter. Du merkst, weil er hat auch irgendwie Kreuz tätowiert und so weiter. Du merkst, der hat Ahnung und der gibt es offen zu. Und der kritisiert auch oft so diese, keine Ahnung, so diese muslimische Migranten-Migranten-Migranten-Mentalität und so weiter, finde ich interessant. Darf ich dich mal fragen, Berat, hatten die Albaner schon immer diesen Adler als Symbol gehabt? Schon immer seit Jahrtausenden oder wie lange? Junge, was du fragst, ja. Soweit ich mich erinnern kann, ja, also seit wo eben halt Albanien, also da ist es überhaupt so auf die Karte gekommen. Albanien ist ja über 100 Jahre schon ein freies, also so unabhängiges Land. Also schon mehr als bei anderen Ländern hier. Aber tu, immer, keine Ahnung. Ja, man kann es, das ist eine Sache, das weiß ich nicht. Ich kann nicht nur anlügen. Ja, okay. Ne, ist in Ordnung. Aber du bist aus Serbien, ne? Belkason. Ja. Okay. Erzähl mal deine Meinung hier von Albanern. Oder besser gesagt von Kosovo. Wir reden schon die ganze Zeit drüber. Wir reden die ganze Zeit schon drüber. Papier. Ich finde, wir sollen diesen Hut einfach nicht haben, Junge. Wir sollten uns fokussieren. Ja, schau mal, wo Jugoslawien damals war, mein Lieber. Wo auf Tito die Zeit da war. Da konntest du von Mitrovica nach Hamburg mit einem Zug gehen. Irrfalle. Ich wollte dir nur kurz was zeigen, deswegen habe ich auch gefragt. Ich bin in 20 Sekunden fertig. Guck mal. Deswegen habe ich ja gesagt, kennst du die Flagge, die Geschichte hinter der Flagge, hinter dieser Kutsche-Sie-Flagge, hinter der Doppelkopf-Adler-Flagge von Albanien. Das ist das Familienwappen der Familie Kastriotich gewesen. Weil früher war die albanische Flagge tatsächlich so. Ihr könnt es hier sehen, mal wieder Wikipedia, keine serbische Nationalistenquelle. So war die Flagge der Albaner total anders. Und dann kam Kastrioti und Kastrioti, wobei, habt ihr das gerade jetzt gesehen oder habt ihr das nicht gesehen? Das ist das. Das ist das Symbol der Albaner damals gewesen. Und später kam erst die Doppelkopf-Adler-Flagge, weil das ist das Familienwappen der Familie Kastriotich gewesen. So, und dann haben die Albaner als generelles Volk dieses Symbol dann für sich total beansprucht. was in Ordnung ist und was auch gut ist. Ich sage ja nichts dagegen. Aber damit hat es sich, das ist die Geschichte dahinter. Das ist eine absolut durch und durch christliche Flagge. Total christlich. Weil das ist auch, Skendrbeo war auch einst stolzer christlicher Kämpfer. Das habe ich sogar herausgefunden. Ja, Tesla hat auch ein Video dazu gemacht. Okay, Papi, erzähl. Borov-Nutzer. Assalamu alaikum, Leute. Wie geht's? Gesundheit. Hallo, Maraikum. Alles gut? Gesundheit. Red weiter. Karkos, jedenfalls. Das ist gut. Ja, geht so. Was gibt's? Warum so viel Stress, Leute? Die können doch mal erleben, ja? Nein, erzähl doch, erzähl doch. Wir sind hier nicht nur zum Labern, so TikTok-Laber. Wir reden über Fakten. Erzähl. Ja, meine Fakten waren also, was Fakten angeht, da seid ihr in eurem Leben. Woher kommst du? Woher kommst du? Du bist Bosnien. Bosnien. Du bist Bosnien. Ja. Krass, was eine krasse Mischung wir hier haben. Du gehörst gar nicht hier, Tesla. Aber ich wurde, warte kurz. Du bist der Parello hier. Du machst Fitna hier. Ich bin der Parello hier. Na, aber ich wurde in diesem Balkan-Dings da sowas von mit reingezogen, nur weil ich mich über Albaner gemacht habe. Er hat schon eine Ahnung über Balkan-Thematik. Und ich habe ja Ahnung angesammelt. Ja, ich habe tatsächlich mehr Ahnung als viele Albaner da draußen. Nein, Bro, was ich fragen wollte, ich habe mir ja auch deine Online-Seite angeschaut. Ich befasse mich, um ehrlich zu sein, seit fast zwei Wochen ein bisschen mit dir. So, abends schaue ich mir deine Videos an und so. Sind die anderen auch aus dem Balkan, die hier drin sind, außer Tesla? Ja, ja. Also, was ich sagen wollte, so auf ganz friedlicher Basis, ihr wisst ja, in keinem von unseren Heimatländern gibt es irgendwie nur eine Religion oder Svetomir, schon alles ist so gemischt. Ihr wisst Bescheid. Also, ob es jetzt Kosovo ist, Albanien ist, Sanjak ist, Bosnien ist und niemand geht den anderen auf die Eier. Was soll denn das Ganze hier, Alter? Nee, nee, wir reden ja auch nicht über Religion. Eine Frage, wie hieß überhaupt der Islam zum Balkan gekommen? Über die Türken. War das über die Osmanen? Über die Türken, ja. Genau richtig. Also hat es den Endeffekt irgendwie versagt, oder? Krieg nicht oder mit Gewalt? Nee, nee, nee. Erstmal Jungs, Jungs, Jungs. Was die Boschniaken angeht, die waren christlich, ja, aber haben nicht zu den Katholien gehört und auch nicht zu den Orthodoxen gehört. Die hatten eine eigene Kirche und diese, ich sag mal, Sekte, die Kirchen nennen das heutzutage Sekte. Hier, Bogomil, genau richtig. Die gibt es heute noch in Bulgarien. Okay, ich sag mal, wir wollen nicht so, das geht jetzt für zu weit, das ist so geschichtsunterrichtsmäßig. Jetzt, wie Gerhard kann zwei Stunden über Bogomil und erzählen, dass deine Theorie Schwachsinn ist. Wir müssen, reden wir über Islam und die heutige Problematik, ansonsten verlieren wir uns ganze Nacht. Okay, du bist aus Bosnien. Du bist Bosnien. Wo aus Bosnien? Bitte? Wo aus Bosnien? Tuzla. Du bist aus Tuzla? Ja. Moslem? Ja, Alhamdulillah. Und deine Vorfahrer auch aus Wiener? Soweit ich weiß, ja. Vielleicht nach dem UU-Opa nicht mehr, aber soweit ich weiß, ja. Bist du Roma aus Bosnien oder richtig? Nein, ich sage es in Deutsch. Hier ist nur sehr warm. Roma bin ich nicht. Hier ist nur sehr warm, Bro. Roma bin ich nicht. Okay, okay. Und was stört dich jetzt? Islamkritik stört dich. Du meinst so, ja, auf dem Balkan ist alles schön friedlich und so. Warum hättest du gegen Islam oder was willst du sagen? Nein, Bro, ich verstehe auch deinen Standpunkt. Ich will gar nicht angreifen oder sowas. Ich habe mir eine Menge Videos von ihr angeguckt. Bloß, es reicht doch mit diesem ganzen beleidigend werden. Verstehst du? Zum Beispiel das eine Video mit diesem Anis. Heißt der Anis, diese eine? Iraner, was der ist? Ja, Anis. Das fand ich brutal, aber, Bro, Beleidigungen. Statt, Jett, wozu? Was für Beleidigungen? Welche Beleidigungen? Diese emotionalen Ausfälle von dir, wenn ich bei diesen... Aber wen habe ich beleidigt da? Also, nee, du hast jetzt keine beleidigenden Worte gesagt oder sowas. Sondern du benutzt extra quasi diese Stellen, einfach nur um Leute ausflippen zu lassen oder um Leute quasi gefühlsmäßig... Ach so, ich darf keine heiklen Stellen aus islamischen Texten benutzen, weil ansonsten verletzt ist die Gefühle der Moslems, meinst du? Und die flippen dann aus und ich bin schuld, wenn die ausflippen. Nein, wenn du nach deiner Bibel gehst, darfst du, darfst du... Also, ich habe vollen Respekt von der Bibel. Wenn du nach deiner Bibel gehst... Aber was hat jetzt Bibel... Warte, warte, was hat Bibel jetzt damit zu tun? Wir sind doch jetzt bei Islam. Komm mal schon, du lässt jemanden gar nicht aussprechen. Wenn du nach deiner Bibel gehst... Ja, weil du Thema wechselst. Nein, nein, ich wechsele kein Thema. Ich bleibe auf dem Thema. Wenn du nach deiner Bibel gehst, darfst du die anderen Religionen auch nicht so bloßstellen, indem du Sachen aus dem Konzept schreibst. Ich darf die Lüge bloßstellen und alles, was in die Irre führt, darf ich bloßstellen und muss ich sogar bloßstellen und als Lüge und als falsch entlarven. Und das mache ich. Und Islam ist für mich eine einzige Lüge. Eine Lüge, die der Menschheit schadet, die allen schadet und die eine große Gefahr ist für die Menschheit. Damals war das ja auch so. Der ganz bekannter Herrscher von Bosnien, Tvirtko, Kodromanić, der war ja, du kennst ihn ja, das ist ja euer Held. Und der war ein stolzer Christ gewesen. Und auch das bosnianische Symbol, die Lilien, das ist ein Symbol der Dreifaltigkeit Gottes, eine Eigenschaft des biblischen Gottes. Ihr wurdet, das weißt du auch selber, ich hoffe, dass du das weißt, das ist, dass deine, deine Urväter mussten ihre Köpfe verlieren, So, jetzt. Okay, also deine... ...musst ihre Köpfe... ...musst ihre Köpfe... Ja, der Muslim einmal rein und raus. Ja, bei dir, Borovnitsa, bei dir ist das. Red nochmal, Miguel. Ich habe einfach nur gesagt, dass seine Vorfahren ihre Köpfe verloren haben, damit er seine Religion heutzutage ausleben kann. Und die bosnische Identität ist durch und durch ebenfalls christlich, logischerweise. Ja, und der ganz bekannte Herrscher, Tvrtko Kotromanić, das war auch ein stolzer Christ, er hat für das Christentum gekämpft. Ja, er hat sich sogar als Herrscher aller Serben gesehen, er als Bosnier, okay, daran sieht man mal, wo der Ursprung auch der Bosniaken ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Katholisch, katholisch war, dieser Tvrtko war katholisch, glaube ich, gell. Das ist richtig, genau. Er war selber, ja, genau, hinterher dann auf jeden Fall unter der Schutzhand des Vatikans, ja. Da hat es auch, falls jemand serbisch kann oder bosnisch oder kroatisch, wie man diese Sprache auch mal nennen möchte, könnt ihr auch gerne mal das Video von Goran Scharic anschauen, der hat sich auch ein super Video einfallen lassen zu Tvrtko, jetzt speziell. Warte, wollen wir albanische Mafia rein? Ach, das wäre lustig gewesen, albanische Mafia. Also katholisch auch viel. Und Juden, ja. Und wir haben miteinander, so rein Religion, Hass miteinander, nie im Leben. Nie. Das ist noch niemals passiert. Wie viele albanische Juden gibt es bitte, von was erzählst du? Ja, die wurden alle dezimiert. Weißt du, was lustig ist? Moslems kommen und tun die Mehrheitsbevölkerung ausradieren und dann sind das nur noch so kleine Minderheiten, die keinen Mucks mehr machen können. Und dann sagen die, ja, schau mal, wie friedlich wir zusammenleben. Ja, natürlich, wenn ihr alle Völker als Vasallen, als eure Untertanen nehmt, natürlich könnt ihr dann einigermaßen friedlich zusammenleben. Aber es geht darum, dass ihr, dass Islam und die Moslems immer die Vorherrschaft wollen. Darum geht es. Und sobald sie nicht die Vorherrschaft wollen, dann streben sie danach immer die Vorherrschaft zu bekommen. Na, okay, das ist deine Ansichtssache. Aber was ich damit sagen möchte, bei uns sagt man, auf albanisch, heißt das genau so, dann übersetzt nochmal auf deutsch, das bedeutet, die albanische Dings, ähm... Religion, es gibt es Albaner. Es ist Albaner, genau. Das bedeutet, uns ist es eigentlich egal, was du bist, ne? Heute Nation ist heute Religion? Ja. Ja, das erklärt einiges. Also schau, Berat, weiß was du meinst, ich kenne auch viele Albaner, die genau das sagen, aber ich kenne auch wirklich viele Albaner, die eben das nicht sagen, die dann sagen, das sind Kufur, die das... Gibt es auch, ja, ja, gibt es auch. Radikal, die jemals radikal sind. Ja, und die sind eine Gefahr, die sind eine Gefahr für vernünftige Albaner wie dich zum Beispiel. Genau. Weil die werden dich auch als Verräter sehen und was weiß ich, weil du bist ja nicht so islamisch ausgehend für dich, das ist albanische an erster Stelle und die sehen Leute, solche Albaner wie dich, auch in Sachen Islam als Verräter und so weiter. Und deswegen ist es in meinem Interesse, dass ihr euch denen entledigt. Hi, Dan. Frage, wenn in Albanien alles so harmonisch ist, wieso leben dann die meisten Albaner nicht in Albanien? Ja, das kannst du nicht so direkt sagen, aber es ist auch das Finanzielle mehr. Weil es dort scheiße ist zum Leben, sagst doch, wie sie es, Alter. Ich würde sagen, wenn ich aus Nordkorea werde und in Österreich lebe und sage, ich bin nicht in Nordkorea, weil es dort scheiße ist zum Leben. Sagst du es doch einfach, wie du gibst, keiner von euch das zu? Ist Albanien das Thema oder was ist da interessant? Jetzt ist Albanien das Thema. Seit wann? Das Scheiße ist zum Leben wahrscheinlich. Nichts Sozialhilfe, nichts Gesundheit, Straßen, alles scheiße. Nichts gut Autofahren, man kann dort, oder? Oder? Nee, teilweise. Du sprichst. Unsehen. Ich sag mal so, ich habe mir so ein paar Videos, ein paar Bilder von Dures angeschaut, übertrieben schön. Du kannst niemals ein Leben in Albanien in Albanien. Niemals kannst du das Leben haben. Niemals. Du lebst wie ein Roboter. Du stehst in der Früh um 4 Uhr, gehst um 5 Uhr duschen. Um 6 Uhr fangst du mit der Arbeit an. Und am Abend kommst du raus. Das heißt, alle, die man nicht arbeiten will. Du kannst nicht mal essen und die Albaner aus Albanien leben wie Könige. Du hast keine Ahnung, wie man in Albanien lebt. Wirklich. Die Albaner in Albanien leben wie Könige. Bitte? Die Albaner in Albanien leben wie Könige. Wie Könige, ja. Sie haben nötig Geld. Sie haben nötig Geld. Er will nicht wie ein König leben. Wenn man in Albanien so gut leben kann, wieso lebst du nicht in Albanien zum Beispiel als Albaner? Weil ich komme aus dem Kosovo, ey. Ja, und? Ja, und? Kennst du locker nach, ist doch selbe Sprache, selbe Kultur, selbe Volk? Ich bin 1991 nach Österreich einfach geflohen von der serbischen Gewalt. Hey, aber versteht ihr nicht? Das muss ich ja hier leben, weil ich bin... Warte, warte. Das ist, was Tesla meinte. Alle Albaner sagen zum Beispiel, oder die meisten sagen, ich bin so stolz. Albaner sind das größte Land. Aber alle leben und arbeiten in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und seine Frage ist, wenn es so toll ist, und du sagst ja, Albaner in Albanien leben wie Könige. Wieso lebt man da nicht in diesem Land, wo man so stolz ist? Ich weiß es nicht, warum die Leute nicht leben. Ich weiß es nicht, das ist es. Warte, warte, warte. Ich komme aus dem Kosovo, ich habe keine Ahnung, warum die Leute nicht in Albanien leben. Aber ich war in Albanien sehr oft. Und die, die dort leben, die leben wie Könige. Die Deutschen. Nein, es scheint sich dort zu leben. Die Deutschen in Österreich haben kein Leben. Ich habe kein Leben in Österreich. Ich habe kein Leben in Österreich. Ich arbeite wie ein Roboterherst. Ich habe überhaupt kein Leben hier. Weil die albanischen Einwanderer eben meistens nicht besonders gut qualifiziert sind und so weiter. Und dann halt Jobs sind niedriglohn. Ich habe zwei Universitäten. Also ich bin ein Maschinenbauinierer und bin ein Ekonomist. Also bitte. Ja, ja, ich schau mal, das ist kein Angriff. Ich sage nicht, dass du dumm bist. Ich sage nur, deine Abschlüsse werden nicht anerkannt und deswegen musst du eher schlechtere Jobs annehmen. Nein, nein, die wurden anerkannt und ich bin hochqualifiziert und ich arbeite sehr, ein super Job. Und ich kriege 5.200 Monat. Aber ich habe trotzdem kein Leben. Wie viel kriegst du? 5.200 Monatlich. Okay, okay. Und das ist der Grund, warum du nicht nach Albanien gehen willst. Das ist der Grund, warum du in Österreich bleibst. Nein, nein. Schau mal. Ich, meine Kinder kommen nicht mehr, sonst würde ich selber sicher hingehen. Aber sie kommen nicht mehr mit, sie sind hier aufgewachsen. Das geht nicht mehr. Guck mal, lieber Toni, wir hatten das Pech, und zwar sowohl wir selber als auch du, als auch ihr Albaner. Wir hatten das Pech, dass wir über Jahrzehnte unter dem Sozialismus standen. Ihr ja auch unter Enver Hodja. Und das hat uns wirklich über Jahrzehnte gelähmt. Und deswegen sind unsere Wirtschaften nicht wirklich ausgereift und auch nicht wirklich entwickelt, wie die westlichen Ökonomien. Es wird besser? Ja, es wird besser. Ich weiß. Belgrad sieht auch mittlerweile schon krass aus mit ihren Glaspassaden, mit den ganzen Türmen dort und so, mit den ganzen Hochhäusern. Tirana auch immer schöner, immer besser. Es wird besser. Aber wir sind trotzdem noch wirklich Jahrzehnte von dem Standard entfernt, die die Deutschen haben, die die Österreicher haben, die die Schweden haben, die die Norweger haben. Ja, und das muss man einfach so anerkennen. Deswegen hat der Hahn auch schon recht, wenn er vom Kommunismus und vom Sozialismus war. Schau, es kommt darauf an, was man an das Leben, wenn man ein Leben betrachtet. Also manche Leute glauben, das Geld ist, das Leben ist überhaupt nicht wahr. Das Leben ist Zeit für sich und für Familie zu haben. Mit Freunden Zeit zu verbringen. Und in Österreich habe ich null Zeit für Freunde und für Familie. 0,00000. Also wenn du selber sagst, du hast kein Leben, ich habe sehr viel Geld, muss ich zugeben. Du widersprichst dich doch. Warum? Wenn du sagst, Geld ist nicht das Wichtigste, sondern Zeit und Dings. Und du sagst weiterhin, du verdienst in Österreich gut, aber du hast keine Zeit für nichts, dann ist doch der beste Weg zurück dort, wo du Zeit und wie ein König lebst. Ja, nein, ich würde es schon hingehen, habe ich gesagt, meine Kinder kommen aber nicht mit. Ja, deine kleine Familie leben. Doch, du musst, also meine Kinder sind noch nicht so groß, dass ich sie alleine lassen kann. Das ist das. Ihr müsst so überlegen. Und wegen wegen Isar, schau mal, ich war zu. Kann ich über Islam was sagen? Ja, klar. Ich bin kein, wer weiß, wie, also großer Muslim. Aber ich möchte dich fragen, warum änderst du deinen Namen nicht, Yifan? Du bist ja so ein Teil von Islam. Warum änderst du deinen Namen nicht mal? Okay, ich habe es erklärt. Hast du mal beantwortet? Darf ich antworten? Bitte, ja. Ich habe erstens vorhin schon erklärt, es gibt nicht so etwas wie muslimische Namen. Es gibt arabische, türkische, illyrische, was weiß ich, was Namen. Zweitens, ich habe den Namen, den mir meine Eltern gegeben haben. Es ist auch keine Bedingung, als Christ, seinen Namen ändern zu müssen. Warum soll ich ihn ändern? Stört dich der Name? Aus welchen Grund soll ich ihn ändern? Sag mal. Gefallen ist kein muslimischer Name, aber ist ein türkischer Name. Ja, okay. Und warum soll ich ihn jetzt ändern? Warum soll ich ihn ändern? Naja, aber du bist ein Deutsch von Islam. Ich frage nur einfach, warum änderst du ihn? Ja, aber was hat mein Name mit Islam zu tun? Du sagst, es ist ein türkischer Name. Okay, es ist ein türkischer Name. Ich habe einen türkischen Namen. Und, was soll ich jetzt mal, was hat es mit Islam zu tun? Ja, aber du sagst immer wieder, die haben uns diesen Islam mit Gewalt zum Islam gebracht und so weiter und so fort. Ja, ich kann aus dem Islam ausreden. Und dein Nachname klingt auch nicht so schön, aber ich meine, darüber würde ich nicht reden. Aber ich würde deinen Nachnamen sogar auch ändern. Nein, 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 nein. Was sind das für Sprüche? Nein, du kennst dich überhaupt nicht aus. Wo steht Moslem sein? Diskutieren wir. Diskutieren wir darüber. Ja, komm. Ja, komm, sag. Wo steht? Sag eine Stelle im Koran oder sonst wo, wo steht Moslem sein, heißt nicht hassen. Und ich sag dir Stellen, wo Allah sagt, man soll hassen. Komm. Ich kann es dir sagen. Die Stelle kann ich nicht dir sagen. Ich bin kein Hafers. Ich kenne Kwan sie ja nicht auswendig. Aber ich weiß, sobald ich vorstehen. Also brauchst du gar nicht in die Diskussion einsteigen, wenn du selbst sagst, du kennst dich nicht aus. Du kennst dich nicht aus, du willst doch mal diskutieren. Ihr kämpft gegen sie bis dorthin, also so weit, so, ähm, wie soll ich es jetzt ausdrucken? Das ist schwierig. Ihr kämpft gegen sie, so weit sie gegen euch kämpfen. Wenn sie aufhören, hört euch gleich auf. Und ihr dürft sie nicht betreiben, weiter als ihr Land ist. Also bitte. Das ist ein normales Ding. Erstens, das, was du gesagt hast, das ist dein Satz. Das ist kein Zitat. Nein, 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 das steht im Koran. Das ist 100%. Okay, dann werde ich die Stelle finden, dann werde ich dann sagen, sagst du dir, dass das zeigen, wo das ist. Also es gibt eine ähnliche Predator, die du schon analysiert. Kannst du mir jetzt sagen, was gefällt dir nicht im Islam? Sag mir etwas. Ähm, also erst einmal, das, was du gesagt hast, du meinst in Kriegssituationen vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben und so weiter. Erst einmal, das, was du sagst, Moslem sein, heißt nicht hassen. Das ist weder die Definition des Wortes Moslems, noch steht es irgendwo im Koran und so weiter. Und selbst dieses Zitat von dir oder diesen Satz, den du erfunden hast, nur weil da steht, vertreibt sie, wo sie nicht euch vertrieben, heißt nicht, liebt sie oder sonst was, im Gegensatz wie im Christentum, wo ständig von Liebe die Rede ist. Nein, nein, nein. Meinst du was in der Bibel? An mehreren Stellen, in der Bibel, in der Bibel, in der Bibel, redet Allah, warte, 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 redet Allah abfällig über Juden und Christen. Juden werden als die Nachfahren von Affen und Schweinen bezeichnet. Allah spricht davon, dass er die Christen verflucht hat. Nein, nein, das ist eine Schole. Die, die sagen, das steht alles im Koran, die, die sagen, Jesus, der Sohn der Maria, ist Gott, werden verflucht im Koran. Das heißt, Juden und Christen werden im Koran verflucht, abgewertet, es wird negativ über sie gesprochen und so weiter. Und das erzeugt was. Es gibt auch mehrere Stellen, wo direkt auch befohlen wird, zum Beispiel Prophet Ibrahim, wo Allah sagt, ihr habt ein gutes Beispiel an Ibrahim, als er zu seinem Volk gesagt hat, zwischen uns ist Feindschaft und Hass. Bis ihr an Allah alleine glaubt. Und im Tifzir findest du, dass die islamischen Gelehrten das so erklären, dass das heißt, als Moslem musst du die Nicht-Muslime hassen, so wie es angeblich Ibrahim oder Abraham gemacht hat, bis sie Moslems werden. Und darauf ist es, der Islam kennt nur Feindschaft zwischen Moslems und Nicht-Muslims. Und du bist ungebildet und hast überhaupt keine Ahnung, hast überhaupt keine Ahnung von Islam. Junge, ich habe so lange Islam gelernt und so weiter, ich kenne die Quellen und du hast überhaupt keine Ahnung. Ich höre noch den Satz. In der Bibel steht, Ich weiß eh, was kommen wird in der Bibel steht. Den Ungläubigen, wenn ihr sich irgendwo trifft, tötet sie alle, ihre Kinder, ihre Mutter, ihre Frauen, ihre älteren Leute, sogar vernichtet ihre Tiere und alles, was in den Feldern ist. Das heißt, ganze Obst und alles, was sie finden. Also so steht in der Bibel. In der Bibel steht, man soll Obst vernichten der Ungläubigen. Vernichtet das Obst, vernichtet die Bananen der Moslem. Nein, nicht Bananen, sondern Obst und alles, was auf den Feldern ist. Ach, Bananen ist kein Obst, Bananen ist kein Obst, oder? Sondern was ist das? Bananen ist kein Obst, oder? Schau mal, du hast keine Ahnung von Islam. Ich muss dir leider sagen, du bist so ein durchschnittlicher, albanischer Kultur-Moslem so, du. Nein, 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 ich bin kein Kultur-Moslem. Betest du, betest du, betest du fünfmal am Tag? Siehst du, du bist nicht mal Moslem laut islamischer Definition. Nein, ich kenne aber Islam, ich kenne Islam. Ich kenne Islam überhaupt nicht. Und weißt du was? Diese Art, wie du kommunizierst mit deiner Umgebung da, du, in mir, hast du auch geweckt etwas, was heißt, ein Mensch, der keine Ahnung mit irgendwas überhaupt in diesem Leben hat. Du bist voll daneben, weißt du? Du bist voll daneben. Überholt, 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 überholt. In das Menschlich, ist das gläubig, oder ist das jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, du hast keine Ahnung, Mann. Du hast überhaupt keine Ahnung im Leben, ey. Blablabla, schau mal, nur weil du das wiederholst, nur wenn du das holst, wird das nicht wahr. Du kennst nur diese Likes in deinem Live und du provozierst die Leute, um hier reinzukommen. Das ist das erste Mal, das letzte Mal, was ich einkomme. Aber bitte, hör auf, mich so blöd darzustellen, weil ich bin, also schließlich, du bist mein Blutmann. Bleib ein bisschen gescheiter, sag solche Sachen hier nicht. Wer bist du, die anderen zu vertreiben? Wer bist du, jemandem zu sagen, du darfst nicht, nicht. Was? Ey, du hättest ihn drin lassen sein, warum hast du ihn rausgesagt? Ich hab nichts gemacht. Hä? Na, dann ist er von selbst raus, ich hab nichts gedrückt, du hast gerade raus. Es kann niemand jemanden raushauen, nur du kannst Leute raushauen. Ach so, du bist ja von selbst raus, oder er hat aus Versehen was gedrückt. Also, schau mal, er ist ein durchschnittlicher, ich hör mich doppelt, ach, was soll ich hier? Das ist nicht von mir, das ist nicht von mir. Nein, nein, das war wegen YouTube. Also, er ist ein so ein durchschnittlicher, albanischer Kulturmuslim, er hat überhaupt keine Ahnung, er sagt selbst, er ist nicht praktiziert, und das ganze, wer bist du, dass du sagst, wer bist du, das ist nur so das übliche, bla bla, weißt du, das sind weder Argumente, noch kann man damit irgendwas anfangen. Du musst da mal die richtigen Hardcore, nicht die albanischen, die richtigen Hardcore reinholen. Hol einmal so einen wie Fat Comedy rein, den kennst du, oder? Ja, das heißt reinholen, ich hole die rein, die sich melden, jetzt hole ich einen rein. Ach so. True Islam Content. True Islam Content. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Hier ist kein Moslem, hier ist kein Moslem, keiner wird dir auf dein Salamu alaikum antworten. Ist ja kein Problem, ich habe dir nur den Frieden gewünscht, wenn der es für dich zu viel ist, dann tut mir das leid. Ja, darf man, darf man nicht Moslems den Frieden wünschen? Darf man, ja, klar. Und darf Salamu alaikum zu Nicht-Moslems sagen? Natürlich, hat der Prophet ja auch gemacht. Der Prophet hat gesagt, man darf nicht mal Ungläubige zuerst grüßen, du hast keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, woher du das hast. Aus welcher Quelle? Aus Verdißbüche. Ist das die gleiche Quelle, wie wenn ich sagen würde, Warte mal, Kassel. Irgendwann eine Sache, ist das die gleiche Quelle, wie wenn ich sagen würde, Sidanathare, oder welche Quelle ist das? Was, 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 was? Ist das die gleiche Quelle, wie wenn ich sagen würde, Sidanathare, genauso glaubwürdig? Ach, sie, was, ich verstehe dich akustisch nicht. Sidanathare? Sidanathare, genau diese Quelle verwendest du hier gerade. Unglaubwürdig. Das ist ein Gag, ich glaube, du verstehst das nicht. Soll das jetzt lustig sein, oder was? Eigentlich ja, aber ich glaube, du verstehst sowas gar nicht. Junge, ich habe den Witz auch nicht verstanden. Ich werde jetzt extra, ich werde jetzt extra, hör mal zu, ich werde jetzt extra den Hadith raussuchen, wo Mohammed sagt, man soll Ungläubige nicht zuerst grüßen. Du tue Islam, Content, Unwissen. Ja, du weißt ganz genau, dass die Hadith-Wissenschaft sehr komplex ist und nicht jede Hadith angenommen wird. Oh, ich kacke auf die Hadith-Wissenschaft, Mann. Ein Zitat ist ein scheiß Zitat, da brauche ich nicht die bescheuerte Hadith-Wissenschaft. Weißt du, das Anzeige eines Heuchlers ist genau das, was du tust. Ich bin kein Heuchler. Du bist der Größte überhaupt, dass du kein Heuchler bist, das ist ein Heuchler. Schau mal, jetzt erkläre ich dir, schau mal, im Islam gibt es Heuchler. Schau mal, du unwissender Dschähel. Jetzt erkläre ich dir, dein eigener Religion. Ja, ist auch kein Problem. Du bist ein Dschähel. Ein Heuchler, hör zu, ein Heuchler ist im Islam einer, der vorgibt, Moslem zu sein, aber Nifak Heuchelei in sich hat. Und einer, der seine Heuchelei offen zeigt, nennt man einen Sindik. Und ich bin ein Mensch, der offen sagt, ich war Moslem und bin ausgetreten, bin quasi dementsprechend ein Murtad und kein Heuchler. Weil ich heuchle keinen Islam vor. Ich sage, Islam ist Schwachsinn und ich bekämpfe Islam, wo ich nur kann, bis an mein Lebensende. Okay. Jetzt habe ich eine Frage an. Ich habe eine Frage an mich. Die Leute, die den Islam angenommen haben, die erst Christen waren, sind die genauso wie du, dass sie jetzt den Christentum schlecht reden, den ganzen Tag? Erstens, warum habt ihr alle denselben Sprachfehler, den Christentum schlecht reden? Warum habt ihr alle denselben? Wart ihr alle in derselben Sonderschule? Oder wo habt ihr diesen Sprachfehler? Was hast du über die erwähnt? Ich habe mich verstanden. Das heißt, meine Frage war, wart ihr alle auf derselben Sonderschule, dass ihr dieselben Sprachfehler habt? Nein, nein, lass mal die Frage an. Worauf hast du es bezogen? Auf welchen Sprachfehler? Den Christentum. Was heißt es denn sonst? Das Christentum? Sorry, das Christentum. Okay. Ja, also, jetzt hast du erst mal Sendepause und hörst zu. Hier, Fatwa. Christian Prince? Wer sonst? Nein, nicht Christian Prince. Islaminstitut.de. Ja, ja, genau. Was bist du ja noch genau? Höh, hör mal zu, hör mal zu. Du bist so lustig, Iraner. Nee, du bist nicht mal Iraner. Iraner ist ja der andere. Monafik. Du bist ein anderer. Warte mal, du bist doch ein... Warte, was bist du noch mal? Du bist Serbe oder so? Halt mal kurz deinen Mund. Halt mal kurz deinen Mund. Guck mal, wie frech du bist. Guck mal kurz zu. Also, Islaminstitut. Das ist die Art eines Heuchlers. Er hat überhaupt keine Ahnung, was Heuchler heißt. Also, er hat behauptet, es gibt Kennedy. Hadith. Also, jetzt lese ich vor. Hadith, Islaminstitut, Fatwa. Sie dürfen, also einer fragt, Antwort ist von Salih al-Ufaymin. Frage, ein Ungläubiger kommt auf Sie zu, um Sie zu begrüßen. Dürfen Sie den Gruß erwidern, indem Sie antworten, Friede sei auf ihn? Wie reagiert man auf Begrüßung? Darf man ihn als Muslim in diesem Fall zuerst grüßen? Antwort. Sie dürfen nicht derjenige sein, der mit der Begrüßung anfängt, wenn Sie einen Ungläubigen treffen, indem Sie sagen, Friede sei auf Ihnen. Falls er jedoch zuerst grüßt, grüßen Sie ihn mit dem folgenden Ausspruch. Und auf Ihnen. Das heißt, wenn einer sagt, Salam alaikum, sagst du, wa alaikum, aber nicht wa alaikum, salam. Denn Allahs Prophet hat das so für Juden und Christen und ihresgleichen befohlen. Weil Sie, die Juden und Christen, genauso schlimm sind wie jene, die anderen Ungläubigen, oder sogar noch schlimmer. Das heißt, hier hast du eine Fata. Wer hat das überliefert? Das ist eine Fata. Wer hat das überliefert? Schau mal, jetzt kommst du. Das ist eine Handelsseite. Jetzt kommst du drauf. Jetzt kommst du drauf. Ja. Jetzt kommst du. Du kommst da nicht mehr raus. Du kommst da nicht mehr raus. Junge, wenn ich dich einmal in meinen Händen habe, dann kommst du nicht mehr raus. Dann kommst du nicht mehr raus. Wenn ich dich einmal in meinen Händen habe, du. Guck mal, was ein Jahil du bist. Du bist Schwachsinn, Alter. Merkst du das? Du bist aggressiv. Aber warum gibt es überhaupt so etwas wie Schwachsinn? Du bist schwach. Du bist schwach. Du bist schwach. Du bist schwach. Warum habt ihr wissentlich schwache Quellen in euren Quellen? Wie kann so etwas überhaupt sein? Warte mal ganz kurz, mein Freund. Und diese wissentlich, das ist nicht wissentlich, erstens der erste Punkt. Junge, das ist ja die Klima, die Klima, die Klima schwache Hadith. Wie kann so etwas sein? Die Frage. Hadith ist wissenschaftlich. Alter, der Hadith ist authentisch, Mann. Das wird in einer Fatwa erwähnt, die zitiert war. Wer hat das? In Mosemin ist der Gelehrte dieser Fatwa, du Vollidiot, du Dumme. Ach, guck mal, ihr rastet immer aus, wenn ihr keine Argumente mehr habt. Ich will, dass ich dich beleidige, du Unwissende. Ach, du Scheiße. Volltrottel, du Unwissende. Das ist das Nachlag eines Christen. Habt ihr es gesehen, Leute? Das sind die schlimmsten, die größten Heuchler, die es gibt hier auf TikTok. Ja, weil du es nicht fand, dass du es verdient hast, weil du ein Vollidiot bist. Ja, genau. Du kennst mich auch gar nicht. Weißt du, ich auch nicht. Ich höre heraus, was du für ein Vollidiot bist. Das Einzige, was ich weiß, dass du jeden Tag diesen komischen Michael Stürzenberger in den Arsch kriechst. Mehr kannst du auch nicht als Ausländer. Weil du sonst von jedem Deutschen ausgelacht bist, dass du Ausländer bist. Und du musst ja dazugehören. Deswegen musst du denen in den Arsch kriechen. Oder nicht? Erst einmal, die Deutschen sind doch gar nicht tongebend. Welchen Deutschen soll ich in den Arsch kriechen, wenn es genau andersrum ist? Das ist doch dein spiritueller Vater, oder nicht? Vielleicht bin ich dein Vater. Vielleicht bin ich dein Erzeuger. Wenn ich so ein Vater wie du hätte, für heute den Kopfschluss gehe, glaub mir. Und glaub mir, deine Kinder tun mir jetzt. Das wäre das Beste, was dir passieren würde, wenn ich dein Vater und dein Erzeuger wäre. Oh, guck mal. Das wäre das Beste. Das wäre das Einzige, auf was er stolz sein könnte, wenn ich sein Vater und Erzeuger wäre. Das wäre das Einzige, auf was er stolz sein könnte. Also, Zusammenfassung. Er sagt, grüßt. Und ich habe hier, danke. Danke, Itzmi. Ich habe hier die Quelle, auch im YouTube-Chat habe ich die Quelle, es ist eine islamische Fatwa mit Überlieferung. Was machen Moslems? Immer dasselbe. Zeig Hadith. Du zeigst Hadith. Wo ist die Quelle? Wer ist der Überlieferer? Du zeigst die Quelle. Ja, aber vielleicht ist der Hadith schwach. Okay, das ist in Fatwas wird dieser Hadith zitiert und der ist nicht schwach, sondern der ist authentisch überliefert. Also immer, er redet über Heuchler, er ist der größte Heuchler, er sagt er ist Moslem, ist stolz drauf bla bla bla, aber er schämt sich seine eigenen Quellen und erklärt sie für nicht authentisch, damit er irgendwie rauskommt. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Typen bei eurer ersten Kundgebung in Österreich, wo er gesagt hat, komm her, komm her, dann bist du da hingekommen, dann sagst du, komm raus, komm raus. Ja, wohin denn noch, so weißt du, was ich meine? Das sind die größten Feiglinge überhaupt. Komm raus, ich stehe so vor ihm, komm nicht so nah, dann komm raus. Ja, das sind solche Witzfiguren, man, das sind so. Aber die Frage bleibt ja bestehen, guck mal, die haben ja schwache und starke und authentische und glaubwürdige, was auch immer, Hadith ist ja. Die haben ja so Titel, so Ranglisten quasi, aber wie kann es sein, dass die in ihren eigenen Quellen nicht authentische Überlieferungen haben? Ja, da muss es doch rausgeschmissen werden oder nicht? Aber die haben das trotzdem noch wissentlich, unauthentisch in ihren eigenen Quellen drin, das ist doch so sinnlos. Ich verstehe es nicht. Es gibt verschiedene Fassungen, es gibt zum Beispiel Bukhari und da ist die Fassung, wo nur authentische drin sind. Und ich zitiere immer aus den Authentischen. Was interessieren mich die nicht-authentischen? Sind alle gibt es im Koran drin? Nein, nein, es gibt Koran und das, was Mohammed gesagt hat, das ist die Sunna, die Zitate von Mohammed, das ist ungefähr so, fast auf derselben Rangstufe. Schau mal, sie sagen jetzt so, schau mal, er ist Christ und beleidigt, warum wird er so aggressiv? Sie wollen Lämmer, sie wollen, dass wir alle so scharfe Lämmer sind. Ja, aber Bruder, Islam, Bruder Abdullah, ich liebe dich, ich liebe dich nicht, Mann, ich liebe dich nicht. Und egal, was weiter ist, auf jeden Fall das Liebe. Vor allem sind das die Rändergruppen, die dafür bekannt sind, am aggressivsten zu sein. Das ist ja diese Goldstückgruppe, die dafür bekannt sind, dass sie immer generell gleich aggressiv sind. Und dann kommen sie mit der Doppelmoral und sagen, ja, wieso bist du aggressiv oder wieso bist du rassistisch? Und selber sind sie aber die rassistischsten, das weiß ich, das weiß ich aus erster Hand. Ich war mit genug von denen, das weiß ich, dass ich das weiß, dass ich sehr viele arabische-stämmige und türken-stürken-stämmige Leute und wie die immer über Asiaten.